Das war die erste Kasselte der Mission. Ich hätte niemals gedacht, dass das passieren könnte. Das einzige Richtige. Für Scooter. Wir haben ihm das beste, wie wir können. Wir haben das wirklich verdient. Das ist das Leidste, was wir können. Wow, wir stimmen sogar zu. Mach es etwas gut. Das ist das Leidste, was wir können. Das ist das Einzige, was er verdient. Sein Markenzeichen. Es definiert ihn. Catch-a-Ride ist Scooter und Scooter ist Catch-a-Ride. Ich weiß, was es ist zu verlieren. Ich weiß, was es ist zu verlieren, jemanden Sie sich interessieren. Die schlimmste Teil ist... Scooter war der Besten von uns. Er hat so viel besser gewonnen. Er war definitiv einer der schönsten Leute, die ich auf Pandora mette. Obwohl, das ist wahrscheinlich nicht mehr. Insofern, wir hatten nicht viel Zeit, um alles zu schämen. Things werden zu schlafen, als wir auf Helios landeten. Na dann. Ihr werdet bei uns reinlassen? Oh, oder auch nicht. Los geht's! Es ist euer Boss. Es ist euer Boss. Es ist euer Boss, Jackass. Wir sehen uns über das. Oh, oh. Ich erinnere mich, du bist der lustige. Wir sehen uns, wie lustig ich bin, wenn du hier runterkommst. Ich weiß, dass du dich erinnert bist, dass ich zurück bin, also ich lasse das schlafen. Was ist denn jetzt los? Das klingt ja nicht gerade gut. Naja. Ich meine, überleben wir auf jeden Fall. Aber welche Stimme war das? Warum ist die Musik so komisch? Was ist das? Was ist das? Donk? Nachdem ich da rein und die Sicherheit aufzubekommen werde, ich zeige dich, wenn es zufrieden ist. Zeit, um die Füße auf die Spielverschreibung einzeln. Oh Gott, da steht Reiss drauf. Achso, ja, es ist ja Reiss. Was geht denn, Ladies? Oh, das ist gut. Oh, okay. Ah, super. So cool. Was ist das? Deine Mutter. Du willst wissen, was ich gemacht habe, Pandora? Deine Mutter. Meine Mutter ist tot. Ach, komm schon. Wirklich? Gott, verdammt nochmal. Ich weiß, wie sehr wichtig ist. Also werde ich... Na. Was bedeutet, na? Hier ist es so. Du kommst hier voll von Piss und Bullets, und die erste Sache, was du machst, ist die Erinnerung meiner Mutter. Also nein? Du gehst nicht woanders. Wow. Ah, Yvette. Dankeschön. Was zur Hölle ist los? Warum... Was ist mit Yvette los? Was ist mit Yvette los? Können wir irgendwie unter zwei Augen... unter vier Augen sprechen? Oh. Oh. Ich wusste, sie wäre das nicht gut. Hm. Was sagen nichts? Interessant, ja? Ich hätte niemals gedacht, dass sie so eine Verräterin ist. Du kommst, fällst mit runter. Ach, wirklich. Ach, wirklich. Oh, so gut. Es ist echt gut. So gut. Ries ist echt gut. Da drin. Es gefällt mir. Sehr schön, sehr schön. Aber... Es ist traurig, dass sie Wett uns verraten hat. Sag uns, wann es sicher ist, um zu gehen. Die Vettel sind in den Körper, also müssen wir hurry. Ich nehme die Kameras jetzt. Und... Ja. Child's Play. Okay, Ries Wins Ex. Ries Wins. So gut. Okay. Hacken können wir ja tatsächlich ein bisschen. Und wir sind zu früh. Was war der Benutzungnahme? Okay. Oh, komm schon. Willst du tanzen? Lass uns tanzen! Was? Okay, was muss ich machen? Oh. Hey. Nicht schlecht, Killer. Good luck keeping up your face back. Bet that little cyberarmor of yours... ... is going on. Jack. It's Child's Play, right pal? Mhm. Well, the security is a bit tougher than I expected. And now I run the program. So let's send an Icebreaker into that frozen sea of code. Shall we? Haha. Klar Jack. Haha, Jack. Haha, Jack. Jack's Hex. 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 Hex in the deck. Jack's Hex attack coming at you, baby. And we freaking rule. And that is not the royal way this time. Das andere war Jack, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aha. Security cameras have been breached. Now. Go forth and lay waste. Haha. Meist an hat er noch gesagt. Just one sec. Let me find you. Kamera zwei. Ups. Kamera vier. Gucken wir mal, was die hier so machen. Ist auch ganz interessant. Der kratzt sich am Kopf. Guckt ein bisschen durch die Gegend. Geht weiter. Das war's. Ich glaub schon. Hier irgendwas? Na, ich darf nicht nochmal draufklicken. Kamera drei. Da sind sie, oder? Klar sind sie das. Fiona, ich bin in. Schönes Arbeit. Wenn ich so selbst sage. Fähig uns, woher zu gehen, Reese. Die Tür ist vor. Mhm. War das nicht vorhin noch Kanal 4? Naja. Okay, wir sind in der... ...hub von... ...Heroism? Der Elevator zu Jacks Office ist in der Atrium. Das ist, wo die Tours treffen. Wie voll das ist. Wie voll das ist. Wie voll das ist. Hm. Das wär cool. Das wär cool. Klar. Ich hab doch ganz viel Ahnung über Hyperion. Ich wirklich. Okay, wir wissen jetzt schon... ...eine ganz klare Sache. Wenn man jemand anschießt, muss er wohl umfallen. So wie es scheint. Ähm. Ah, wir können auch Geld klauen. So cool. Ähm. Ich würde erstmal mit Gortus reden. Versuchen alles rauszuholen. Oh yeah. Tanzener Gottes. Sehr cool. Ähm. Was? Erstmal uns die Schülter gucken. Könnte dran liegen, dass sie's tatsächlich tun, so ein bisschen. Was? Was machst du hier? Motivationssprecher. Sip my gun doesn't talk. Ähm. Ich würde ihn gerne nochmal so ans Gesicht sprühen. Schießen. Guck mal erstmal. Guck mal erstmal. Ich glaub sie wissen es. Guck mal. 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 Ha ha ha. Komm. Gib uns mal ein bisschen Geld. Yeah. Ich fiel, ja? Mal sehen wie viel das jetzt war. Ja genau. Und das waren jetzt 850 Dollar. Während wir so nen ganzen Koffer aufgemacht haben und es irgendwie nur 200 waren. Also. Kommt schon. Sehr gut. Ganz entspannt. Ja. Okay. Plötzlich sitzt sie. Oh Gortus. Er ist so niedlich und so cool. Ich mag ihn sehr. Okay. Wir wissen wo es ist. Kein Problem. Sieht ein bisschen ähnlich aus. Oh. Relativ klar was sie macht, oder? Getränk. Hm? Oh. 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 Na komm. Probieren wir es. Oh. Da ist ein Faden dran. Oh Gott. Oh. Oh nein. Oh nein. Ja! Perfekt! Da hat er Sascha einen. Haha, so praktisch! Uuuuh. Cool. Schon sind wir drin, ja? Das war einfach. Hallo, Reese. Du hast das Privileg, mit Helios zu sprechen. Gut gemacht. Dein Kriminalinstinkt schiebt wieder. Ich gehe nach Jacks Office mit Borders. Hi, Reese! Oh, dammit! Was ist passiert? Sie wissen, dass sie hackt wurden. Ich habe das, aber du musst schnell und schiebt ein hohes Profil. Mhm. Okay. Bleib deine Augen auf den Preis. Na klar. Und wir wechseln wieder. Ne, doch nicht. Wir laden nur. Gorgeous. Alles wird gut. Ist der jetzt stecken geblieben in der Fahrstuhl? Nein. Tufel, dr. Hey, wir sehen uns! курsen land! Bあぁ!